Ich glaube echt, dass ich halt jetzt so eine richtige Kinderserie nicht wirklich als mein Nonplusultra nennen kann, wo ich sage, das war voll der Akkuschrauber. Ich glaube, da muss ich echt passen. So leid es mir tut. Aber das ist halt nicht existent. Das war einfach damals schon zu lähm für mich. Ich weiß nicht. Ist halt so. Was nicht heißt, es muss für mich immer nur Action vorhanden sein, aber ich weiß nicht. Auf die nicht vorhandene Action in Kinderserien konnte ich dann irgendwie dann doch verzichten. Klingt komisch, ist aber so. So, soll ich jetzt echt hier durch? Ist das jetzt die Mitte ungefähr? Na gut, dann mal durch da. Ja, war klar, dass jetzt hier wieder Mr. Kies kommen muss. Gut, nächste Frage. Gar nicht lange fackeln, sondern hier einfach weitermachen. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Na ja. Also, Milchreis ist ja schon Töfte. Kartoffeln, ich habe ja neulich schon erwähnt. Hey. Also neulich ist es jetzt wieder gut in der gefühlten 50 Folgen, ne? Dass ich schon seit, seit Jahren keine Kartoffeln mehr gegessen habe. So richtig. Kartoffeln, also Pommes zählen vermutlich nicht als richtig. Kartoffeln, ähm, was halt da liegt, weil, wie gesagt, ne? Ich und Arbeit und dann halt spät nach Hause kommen und dann noch irgendwie, irgendwie, ähm, Kartoffeln schälen und ähnliches. Äh, habe ich jetzt nicht so die Nerven für. Und auch nicht so einen Bock. Und dann halt noch irgendwie, Kartoffeln brauchen ja gefühlte 40 Minuten, bis sie fertig werden. Bis sie wirklich durch sind. Also ich meine, ich bin immer durch. Ähm, und. Naja. Naja. So ist das halt, ne? So, ähm, das heißt, es bleiben für mich eigentlich nur die Nudeln über. Was jetzt aber auch nicht so verkehrt ist, Nudeln sind an sich halt richtig toll. Gehen schnell. Du kannst du machen, wie du lustig bist. Wenn du jetzt auf harte Nudeln stehst, dann, oh Gott, das klingt so verkehrt, ähm, dann machst du halt, dass die Nudeln ein bisschen länger, äh, ein bisschen weniger lange kochen. Wenn du eher auf weiche Nudeln stehst, was auch so verkehrt klingt, äh, dann, dann lässt du sie halt länger kochen. Klingt komisch, ist aber so. Ja, und. Naja, also Nudeln kannst du eine Menge mit machen. Kannst du mit Käse backen, kannst du mit Ei bauen, kannst du, ich weiß nicht, was mitmachen. Also, Nudeln sind schon, schon geil. Zur Not kannst du auch immer noch, ähm, sag schon. Ähm, Nudeln mit Ketchup essen, was immer noch pervers ist, aber es gibt Leute, die essen, die das gerne. Was ja, ne, geben das Seine, sag ich ja immer wieder. Aber für mich wäre das jetzt nichts. Ne, aber so grundsätzlich kann man auch machen. Muss man nicht, kann man. Immer wohl bemerken, dass ich immer sagen kann man. Nicht, ist, ist voll, voll die Mammutempfehlung. Ne. So, mal die scheiß Eier hier weg. Brauche ich jetzt mal nicht. Ähm, dann, dann, geht gleich weiter, geht gleich weiter, geht gleich weiter. Nur eben hier schnell, hier das schnell zu Ende bauen. So. Dann machen wir uns jetzt hier, das ist eine Truhe, keine Werkzeug. Dann machen wir uns jetzt hier, haben wir so ein paar Leitern. Eine Hoffnung. Das ist, soweit klappt. Oh, haben wir so genommen, ich muss es über, aber halt, daraus kriegen wir keine Leitern mehr. So. Ja, klasse. Ähm, haben wir auf jeden Fall zu viele Leitern, das ist super. Dann machen wir uns doch hier mal so einen kleinen Leiterabstieg für später mal. Das können wir dann vielleicht nochmal verschönern. Ich mache das jetzt einmal wirklich nur provisorisch. Nicht, dass wir da jetzt so lange rumhängen, wie beim letzten Abstieg in die U-Bahn. Das war ja dann doch irgendwie so ein bisschen so, ne? Ne? Also, es war schon zu viel des Guten schon fast. Aber, nun gut. Ich könnte hier mal vielleicht irgendwo ein Licht rein zaubern. So. Damit man jetzt ein bisschen Licht hat. Äh, nächste Frage. Star Trek, Star Wars oder Stargate, Sieben Kolon, A-Team oder MacGyver? Ja, also ich soll mich einmal zwischen den dreien entscheiden und einmal zwischen den zwei. Ja, okay. Ähm, dazu gesagt, die Jungs von SofaBlocks haben diese Fragen nicht ausgesucht. Wir haben sie auch nur bekommen und wer auch immer das ausgesucht hat, der hat sich da irgendwie bei den Fragen irgendwie, ich weiß nicht, vorhin ins Knie geschossen. Ähm, oder bei Fragen Stellung wohlgemerkt. Bei Fragen Stellung. Grundsätzlich sind die Fragen ja okay, aber bei Fragen Stellung dann teilweise so, hätte man genauer machen können. Aber wie bei allem, hätte, 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 eine Fahrradkette. Ähm, Star Trek, Star Wars oder Stargate, das ist noch relativ einfach. Da sag ich persönlich, ganz klar Star Wars. Also, Star Wars ist für mich irgendwie mein persönliches, bestes Sci-Fi-Setting von allen. Aber das ist halt meine ganz persönliche Meinung und so. Ne, muss niemand teilen. Ist halt, weil, keine Ahnung, es hat Raumkämpfe, es hat, es hat Lichtschwerter. Es hat, motherfucking Lichtschwerter. Das ist schon Grund genug. Ne, und ich meine natürlich, natürlich hast du dann da Momente, wo du denkst so, ja, ernsthaft, musst du nicht die so herumtänzeln, kann ja nicht einfach den Gegner hier fertig machen. Nein. Ja. Musst du jetzt unbedingt mit seiner Boost-Starfighter jetzt hier Kamikaze queschen in das, in der Gerät? Muss er? Ja, verdammt, das ist verdammt nochmal verdammt cool. Ja, aber, nun gut. Ne, das ist halt. Warum bin ich jetzt eigentlich hier hingegangen? Ah, deswegen, okay. Ähm, genau, wir machen nämlich jetzt die nächste U-Bahn-Station soll dann zu dem, zu dem Haus führen, das in diesen Birken, Fichtenholz-Design gemacht ist. Da brauchen wir uns dann gleich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wegmarker her. Wir machen den Weg, dass er von der Strandhütte aus dahin weiterführt. so, ne, aber halt, Star Wars, wie gesagt, ist für mich halt, das Bessere, der ganzen, Sci-Fi-Settings, was nicht heißt, dass Star Trek jetzt totaler Mist ist, aber Star Trek ist für mich eher so, die TOS, ne, so, die Original Series, ist Beste, ne, mit Captain Kirk und, 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 und Spock, West in Peace, ähm, ist für mich einfach, Beste, und, naja, dann kam ja noch hier die, 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 die Serie mit, mit Captain PK, äh, mit Captain PK, ähm, die war auch noch ganz in Ordnung, ohne Frage, aber, ähm, ich weiß nicht, es war dann irgendwie, dann hast du dann irgendwann, was war es, Raumschiff Voyager gehabt, oder sowas, das war dann nicht mehr, das war für mich dann, ne, da war ich, da war ich raus, ne, ähm, ja, was habe ich denn auf R, ich kann hier R drücken, und dann macht das hier eigentlich ein Geräusch, warum, ich habe keine Ahnung, ähm, ich wollte das, Wegpunkte, neue Wegpunkte, ähm, Gedönshaus, ja, und dann halt jetzt die Frage, MacGyver oder A-Team, oder umgekehrt, A-Team oder MacGyver, ja, ich habe keine Ahnung, ich meine, ich habe sowohl A-Team geguckt, hin und wieder, ich habe sowohl MacGyver geguckt, hin und wieder, aber halt, ähm, A-Team, war für mich eigentlich eher so, man hat es geguckt, wegen der coolen Leute im, im, im A-Team, für mich persönlich war am besten sowieso immer, äh, Mr. T, mit seiner viel zu großen Goldkette, naja, soll noch einer sagen, ich wäre rassistisch oder ähnliches, ne, der schwarz und verdammt cool, ja, und, ähm, ja, weil jetzt so, so, so jede Folge verfolgt oder sowas, habe ich auch nicht, MacGyver war, ich habe einen Faden, ein fucking Kaugummi, und einen verdammten Kugelschreiber, daraus passte ich mir an eine Bombe, um jetzt hier von dieser Falle wieder zu entfliehen, ja, MacGyver konnte jede Falle entschärfen, MacGyver hat den G-Punkt einer jeden Frau gefunden, nur beim bloßen Anblick, und, äh, es ist, ne, also ne, da hat mir sämtliche Logik gefehlt, ich meine, na gut, es ist ein Actionfilm, äh, Action-Serie, da gibt es nichts an Logik, ist klar, ne, aber, äh, MacGyver war, ne, also, da hat mir Knight Rider besser gefallen, und das eigentlich auch nur aufgrund des Autos, nicht wegen David Hasselhoff, ne, aber, na gut, das ist halt, ich weiß nicht, würde ich mich jetzt zwischen einem von beiden entscheiden, ich glaube, ich würde das A-Team wählen, MacGyver, wie gesagt, ist halt, Bombe basteln für Anfänger, Fragen mir nicht, na, also, das ist, das ist, ne, da bin ich raus, ich meine, natürlich, ne, 90er, 80er, oder was auch immer, das sind Action-Serien, sind immer noch besser als, also meines Erachtens nach, als heutige, möchtige in Action-Serien, so wie auch, äh, die Action-Filme, der, der 90er, oder 80er, oder 70er, was auch immer das jetzt genau war, mit diese Weppen und Beverly Hills Cop, und sowas, natürlich nur die ersten zwei Teile von, von Beverly Hills Cop, waren für mich immer noch besser als viele der ollen Action-Kamellen, die es heutzutage so gibt, ich meine, natürlich, heutzutage hast du wesentlich bessere, ähm, Effekte und ähnliches, aber halt die Filme waren, für mich persönlich gesehen, damals ein bisschen besser geschrieben, wenn man es geschrieben nennen kann, ne, aber, vieles der, der 0815 Action-Filme, gerade halt hier, so alles, was so Richtung, Krimi, Polizei, was weiß ich nicht geht, ist für mich dann eher so, oder generell halt auch so, 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 ähm, so, 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 Serien früher, wie Columbo, ne, das war für mich eher so, äh, Krimi, bla, ne, irgendwann kam dann jetzt hier, was war das, Anfang 2000, kam dann hier Monk, Monk war für mich, Columbo in einem neuen Zeitalter, und zwar auch, äh, 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 weißt du, diese 0815 Serien, die, ich meine, sie kommen schon aus Amerika und sind immer noch scheiße, aber nur gut, das ist halt, ne, von Serien und Filmen und meine Meinung, mit solchen Action-Kamellen kann ich irgendwie wenig anfangen, ein Grund von vielen, warum ich so wenig bis gar kein, na doch, eigentlich so ziemlich gar keinen Fernseher gucke, ich habe ja nicht mal einen Fernsehanschluss, du hast kein Fernsehanschluss, wie kannst du nur leben, das geht relativ weit, weil ich zucke ziemlich viel, ähm, ich, ich, ich werde hier schon wieder bei jeder Frage viel zu ausfallend, oh, hier waren wir auch mal, schön, wie wir jetzt hier so alles miteinander verbinden, und dann wieder so, so uralte Gänge hier finden, faszinierend, und Kies finden wir auch, den sollte ich eigentlich mal mitnehmen, ich habe, ich habe ja jetzt sowieso schon wieder viel zu viel liegen lassen, ähm, dann gehe ich da doch nochmal zurück, falls der Kies jetzt noch hier liegt, irgendwo, eventuell, möglicherweise, zögert gerade die nächste Folge, äh, die nächste Frage schon wieder ein bisschen hinaus, weil gleich geht es in die nächste Folge, und dann habe ich dann irgendwie wieder die Frage überschnitten, mit den Folgen übergangen, das muss ja auch nicht sein, ne, einfach mal ein bisschen Kies sammeln, Puh, okay, wir sind jetzt bei Frage, sechs angekommen, von 20, ach du Scheiße, wie lange sollen diese Aufnahmesession hier noch gehen, eigentlich wollte ich das jetzt hier so in drei Folgen maximal abhandeln, aber dann werde ich wieder ausschreiben, das ist ja mal wieder, ja, super, und wahrscheinlich interessiert es nur die Hälfte von euch, oder vielleicht interessiert es sogar mehr als die Hälfte von euch, als ich gedacht habe, aber nun gut, aber halt solche Fragen, finde ich grundsätzlich halt immer gut, ne, weil, man kann nicht halt so viel erzählen, 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 Vielen Dank.